Im letzten Video haben wir nun Guthaben bei 9kw.eu durch das Lösen von Captchas gesammelt. Dieses wollen wir nun einlösen. Dazu benötigen wir den API-Key. Wir betrachten in diesem Video J-Downloader. Aus diesem Grund wählen wir in diesem Menü J-Downloader aus. Der API-Key wird nun generiert. Diesen kopieren wir nun in die Zwischenablage. Um dieses Feature nutzen zu können, ist die Verwendung von J-Downloader 2 empfohlen. In J-Downloader öffnen wir nun die Einstellungen und wählen das Menü Captchas aus. Hier wählen wir nun den Reiter 9kw.eu aus. In das Feld tragen wir nun den API-Key ein und setzen noch einen Haken bei enable9k.eu, Service und bei UFM aus. Nun können wir links unten prüfen, wie viele Punkte noch auf unserem Konto sind. Beispielhaft kopiere ich nun einen Link von ShareLinks in die Zwischenablage. Das Captcha erscheint nun nicht mehr, es wird von einem anderen Nutzer gelöst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017